Ich weiß nicht, wo ich meine Eier los wäre. Was ist da von euch einer, wo man die Eier verkaufen kann? Ich weiß, ich muss noch mal schauen. Und wie müsste das eigentlich drin sein? Müsste doch eigentlich, na, Schwäine, nirgendswo, Tiere, da sind die Hühner gar nicht dabei. 89 Eier im Rucksack, aber wo kann ich die verkaufen? Ja, Händler und Menü. Händler und Menü. Das war's nicht. So, wo haben wir denn das? Der Ertrag, Bearbeitung von Wurzelfrüchten, Pflügen säen, ernten. Nutzung von Gras, Gras sammeln, Stroh, Häckselgutze, leise Felder kaufen. Hühner, da haben wir die Hühner. Aha, ausgewählte Haushalte. So, aber wo kann ich die, beim Shop gibt es nicht. Spinnerei, die wollen das natürlich nicht. Stanton Sawmill, Scheune, Scheune, die ist bei mir, Wright Agribusiness, wo ist denn das wieder? Das ist da oben, so aber Mist und Gülle nimmt der. Das ist Häckselgut da oben. Scheune, das blicke jetzt zwar noch nicht, man, 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 man. Und in die Eier wieder. Das blicke jetzt nicht, man, 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 man. Dann gehen wir mal zum... Marys Form. So, vielleicht müssen meine Eier loswerden. Da sind wir. Ja, jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wieder auch nichts, drinnen ist der Schweinestall und drinnen ist der Schafstall, das passt, ist alles gleich bleiben. Gut, gut. So, das ist der Kleine und das ist der Größere. So, das sieht schon so aus. So, das sieht schon aus. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann gehen wir zum... 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 So, dann... So, dann... So, dann gehen wir zum... 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 So, dann gehen wir zum...